Da weiß er wo er hin ist, wo er hin will. Aber eigentlich nicht mehr. Marco zu Ende. Hier in der Ecke war irgendwo ein Räumchen. Datenbank, Luftbuch des Captains über Berichterinfektion. Was haben wir hier? Abbauverwaltung, Lagerraum. Nee, ganz bestimmt nicht. Noch nicht. Da müssen wir später rein. Oh! Wer oder was grüllt hier rum? Alles klar. Das kleine Baby. Energiezufuhr zum AAS hergestellt. Kontrollsysteme über Verteilerkästen umgeleitet. Ich habe ein Signal. Verpiss dich. Verpiss dich. Lass dich in Ruhe. Verpiss dich in Ruhe. Lagerraum C. Nein, ganz bestimmt nicht. Ich höre nicht in Lagerraum. Das ist wirklich ein Lagerraum. Oder? Das ist auch Lagerraum B. Das sind die. Das sind die. Die sind nicht groß. Könnt ihr mal im Blick riskieren. Der ist mir guck ich an die anderen da gerammt, ob sich das lohnt. Ich warte. Ich denke, jetzt nicht sehr gut. Das ist nicht so gut. Ich glaube, dass ich nicht so gut bin. Ich denke, dass ich jetzt nicht so gut bin. Ich denke, dass du das jetzt so gut bin. Oh, ein Energieknoten. Ich will ein bisschen aufsparen. Dann bräuchte ich noch einen. Oh, dann habe ich alle Trefferpunkte. Vorsichtig. Scheiß drauf, ey. Versteuern wir das Ding jetzt einfach. Oh, oh Gott. Wie im Winterfall, das war ich jetzt aber nicht zu. Oh Gott, das ist mal entfernt, ja. Voll. Hm. Ja, ja. Das war erfolgreich, muss ich mal sagen. Gab noch Kohle. Weiß mit Glück. Gehe ich jetzt erst kurz zum Shop. Oh Gott. Gehe ich jetzt erst kurz zum Shop. Oh Gott. Da machen wir uns ein schickes Kanälchen. Da machen wir uns ein schickes Kanälchen. 7 und 2. Spy gay. Ja, Wahnsinn. Ich könnte aber die ganze übernehmen. Immer schüssige Musik. Kaufen. Halt bleibt errollt. Verkaufen. Ja, Plasma, Plasma, Plasma. Verkaufen. Ja. Böse Puls, Brennstoff. Böse Puls, Brennstoff. 14.000 Crids fahren wir dann in die Laser-Kanäle. Schwere Schäden. Ja. Hehehehe. Er droht dir. Okay, das Ding sieht sehr übel aus. Heftig. Oder wir hatten einfach nur gedehnt, gehe ich mal von außen. Oh Gott. Eben dran. Oh nein. So rutschen können, um die Ecke. Wie geht's da rum, ey? Schien, ey. Habe ich doch schon. Ne, ich hab... Was hab ich da jetzt? Ach, ich hab eine Laser-Kanone. Ach, okay. So ist das. Hier hab ich... Ne, keine Ahnung. Okay. Jetzt bin ich leicht überfordert. Von der Aufteilung der Waffen sowieso. Das ist ja schlimm, eigentlich kann ich das irgendwie ändern. Ja, danke schön. Wie viele Kapitel gibt's in der Spiele nicht? Ach, Schöpft. Herr, schon macht mich den Robin. Jetzt muss ich einfach nur klar, mehr zu ebenen. Wow. No, wie viele krä Sens Luca-Sch Incred Ноon! Ja, ja! Na, nach, nach. Na, nach. Hier Schlauze, ja cool, danke. Oh, okay, das ist... Das Steroidenabwehrsystem ist online. Das wird gleich nicht erwartet. Gut, genug Energie, aber die Zielerfassung der AA-Kanone ist offline. Lebt sich an einem Kabel. Bis ich das ersetzt habe, müssen Sie die Kanone bedienen und manuell zählen. Nehmen Sie den Aufzug nach oben und gehen Sie zum Kanonenschacht. Ey, cool. Jetzt darf ich mit fetten AA-Kanonen ballern. Okay, auch wenn mir die Gegend irgendwie geheuer ist. Was haben wir hier? Lagerraum. Kohle? Mein Inventar ist voll. Ja, toll. Okay. Okay, wieso habe ich das Gefühl, das ist ein Riesenaufzug, wenn ich nicht mehr alleine bin. Ich soll... Was bitte? Äh, entfernen. Ja, ich brauche den Luftdang. Das wird jetzt sehen. Eintritt Wacken. Eintritt Schwerelosigkeit. Achtung. Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Eintritt Wacken. Eintritt Wacken. Eintritt Schwerelosigkeit. Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Ach, komm schon. Ich muss mich da jetzt nicht ernsthaft Stück für Stück durch diese Kacke da wirken. Eintritt Wacken. Eintritt Schwerelosigkeit. Eintritt Wacken. Eintritt Wacken. Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Ach komm, da hättest du mich mal auf... Och, Mann. Darf ich nochmal Hilfe? Es wird jetzt halt gut liegen, ey. Eintritt Wacken. Eintritt Schwerelosigkeit. Achtung. Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Oh, Hallöchen. So, und hinter dem Ding bleib ich jetzt stehen. Boah, Alter, von der Ansicht kriegt man irgendwie Kopfschmerzen. Oh, Hallöchen. 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 ich bin doch nicht mehr Ende der Schwerelosigkeit Ende des Vakuums Anruf Ah, du Scheiße irgendwas was wir können Speicher nicht Juhu Jetzt gibt's Fetziges Gballer Manuellsteuer Ich bin jetzt im Schacht Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger Sollte also alles durchdringen Was auf uns zufliegt Behalten Sie die Höhlenintegrität im Auge Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen Sind wir tot Wir haben das System so gut wie repariert Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit Juhu Einfach Stur draufhalten Ich bin erst mal Ich bin erst mal Juhu Ich bin erst mal Nein, was ist das? Was für eine Minute? Was für eine Minute? Wir haben keine Minute. Wieso wird da gehen? Das macht ganz viel Spaß. Kannst du den Weg nur damit die L zu ballern? Pfff! Wollt er das wieder? Nein! Automatisches Kontrollsystem aktiviert. Ach, Mann! Gut, Alter. Die Zielerfassung ist wieder online. Sie wird uns den Weg in den sicheren Orbit freischießen. Sobald wir das Fältchen uns gelassen haben, gehe ich wieder auf Autopilot. Wir treffen uns an der Monorail-Station, wenn ich fertig bin. Ach, warte, ich kenne jetzt einen, der durchlaufen wird bisher. Nein, das ist ganz egal. Eintritt Wagen. Eintritt Schwerelosigkeit. Töp-ti-töp. Verpiss dich. Ja, so will ich so einfach durchlaufen. Warte mal eben. Da kann ich jetzt nicht anders. Das Ding fetzt aber. Oh scheiße, ich habe keinen Luftang mehr. Jetzt muss ich mir mal bein. Ganz ruhig, wir schaffen das. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Puh. Eigentlich irgendwann mal Munizieren oder was? Ja, super. Schande der Schwerelosigkeit. Ende des Vakuums. Ende des Vakuums. Wartet. Isaac Hammond? Ihr werdet das nicht glauben. Die Sauerstoffsättigung fällt. Irgendwas vergiftet die Luft, die die Hydrokulturen produzieren. Und was es auch ist, es füllt das ganze weg mit diesem organischen Zeug. Wir werden bald keine Luft mehr zum Atmen haben. Aber wenn ich diese Laborberichte richtig deute, kann ich ein Gift herstellen, mit dem wir das Zeug zerstören können. Kommt zur Krankenstation. Ich sollte alles hier haben, was ihr braucht. Hört das denn nie auf. Isaac, gehen Sie rüber zur Krankenstation und mischen Sie, was immer Cantra Ihnen sagt. Ich gehe rüber zu den Hydrokulturen. Wenn ich das ganze verlangsamen kann, haben wir vielleicht genug Luft, um es zu bekämpfen. Warum sollte man auch einmal einen angenehmen Job haben? Was ist denn das denn wert? Ich höre es drauf. Ich bin so gepämpelt. Ich bin so reptile, ich bin so leer. Ich bin soin. Ich bin so reptiles zu々. Ich bin so sehr gespannt. Ich bin so aktiv. Es wird aber so leicht. Unartig. Was ist das denn? Jetzt, 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 ich weiß nicht. Nein, nein, nein. Okay, die wollen in meinen Körper einbringen. Verpisst euch. Nix da, nix kommt in meinen Körper rein. Hier, Tempo. Die Brücke ist total hinüber. Keine Ahnung, was hier los war. Aber ich werde hier nicht rumstehen und warten, bis es zurückkommt. Ich gehe jetzt rüber zur Hydrostation und suche Elisabeth. Was ist denn da nicht hin? Ach, ich muss wieder komplett zum Manual-System. Achso, okay. Ja, gut. Brauchen wir auch nicht. Oh, wei. Na, schloss auf. So, Energie-Kanone. Chinesse-Booster. Chinesse-Booster. Kurz entfernen. Hä? Jetzt. Hölle, Leute. 10.000 Euro. Alter, wie bald weh. Mal gucken, hörst du dich alle durch hin. Energie-Kanone. Kurze entfernen. Wie ist das denn? Ist das denn? Kommt das auf einen Arm? Oder wie soll ich das so stehen? Na ja. Na ja. Du hast mir mal was Schönes gebracht. So, für die, oder? Laserkanone? So habe ich doch... Ja, nice! Bevorstehende Vernichtung abgeschlossen. So, sind wir bei Kapitel 5. Ich glaube von 9 oder so was. Speichern wir natürlich.